Der Rhein-Lahn-Kreis mit seiner Kulturlandschaft und seinen Kulturgütern hat einen enorm hohen Freizeit- und Erholungswert. Aber er hat noch viel mehr zu bieten. Viele bereits ansässige Firmen sind überzeugt vom Standort Rhein-Lahn. Hier im Rhein-Lahn-Kreis geht alles noch kurze Wege. Man kennt sich, man kann miteinander umgehen. Wir liegen aber auch zentral hier in Europa. Wir können unsere Kunden in Deutschland als auch in Europa innerhalb von 24 Stunden gut bedienen. Die qualifizierten und motivierten Mitarbeiter, die sich in dieser sehr schönen Region wohlfühlen und mit ihr fest verwurzelt sind, sie sind die Basis für unseren Erfolg. Wir sind im Rhein-Lahn-Kreis geblieben, um unser gut funktionierendes Team weiter aufrecht zu erhalten und hätten uns einen Standort in einem Gebiet Mainz oder Koblenz finanziell auch gar nicht leisten können. Was gibt es Schöneres, als dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen? Hier gibt es ab 15 Euro mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gewerbeflächen sowie bezahlbares Bauland in vielen der 136 Gemeinden. Der Kreis verfügt sowohl über zahlreiche Grund- und weiterführende Schulen als auch über Einkaufsmittelzentren in vielen Kleinstädten. Attraktive Standorte in einer schönen Umgebung. Wir bringen es zusammen. Der Rhein-Lahn-Kreis